Das ist irgendwo, ja, scheigelimmte Shotgun, glaub ich, oder so. Oha, der Sound, ist das? Unterhörlich jetzt. Ja, da hinten steht einer. Hab einen down, irgendwas? Ja, ich hab bloß den Spieler. Oh, was kommt hier jetzt? Nix mehr, oder ist das unter uns oder sonst? Für unter uns grad nix. Ja, also eben. Ja, eben die Schüssel waren safe unter uns, weil das hat man jetzt gehört, dass es unter uns war. Ja, ja, fand ich auch. Oh. Boah, Junge. Oh, Junge, ich hab mich auch übelst erschrocken, Alter. Warte, okay. Ach, ich wollte den jetzt nicht glauben, aber der hat mir übelst einen reingedrückt, Alter. Naja, okay, ich hab ihn noch eingehört. Hier rennt irgendwas, wo bist du? Ich bin weiter vor, ich komm zu leichten. Ah, ne, ich hab ihn hinter mir. Ja, ich hör's. Ja. Hab ich. Oh, ein Scaf, ne? Ja, ja. Alter, ich dachte, ich pusht hier nen Spieler. Du leuchtest halt ausm Arsch. Ja, sorry, stimmt. Vergessen. Ich dachte, ihr pusht halt nen Spieler ran. Ja, Scaf pusht hier grad n bisschen. Oh, shit. Durchs Regal da, Alter. Oh, Junge. Ah, lass den vielleicht mal. Ah, sorry. Ja, sorry, ich hab da durch mein Teil gekillt. Ich wollte den eigentlich nur ein bisschen halten. Jetzt geh ich dir hier alle weg. Sorry, Alter. Würd die nicht spielen. Schott hier, willst du die spielen? Ich würd die spielen, ja. Soll ich, ich leg die in den rein, ja? Nee, riskier's mal. Ich glaub, das haben die auch gefixt. Okay, warte. 4 Steps. Ja, ich auch. Hast du gedroppt, oder? Nee, jetzt hier. Ah, jetzt hab ich gedroppt. Oh, der kommt hier hin. Jetzt kill den mal. Oh, hier close. Oh, Junge. So close. Oh, ne! Geht! Alter. Einfach down. Kill den Kim. Ja, hab den anderen. Die pushen mich, die pushen mich. Zwei oder so, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was hier grad abgeht. Ich bin Ullo. Einer down. Einer sitzt dann noch in der Ecke, wenn der Kim sitzt. Ich kann grad nicht. Hab ich doch. Ich muss mich mal... Ja, ich auch. Ich hab noch 78. Junge, das geht voll steil. Ja, Mann, voll geil. Ey, von wo kamen die jetzt überhaupt alle her? Kommen die von unten, oder was? Ich weiß nicht, ich glaub schon. Boah, ich hab grad die Todesstampel. Alter, Pader. Junge, äh. What the fuck is going on, ey. Ich feier's aber. Das auch. Oh, da hinten. Boah, Junge. Ach da. Warte, den hol ich hier. Ja, komm. Ja. Junge, den hab ich. Gut. Boah, ich muss mich erst mal heilen. Ich chill mich hier, glaub ich, mal in die Hütte rein. Leg mich hier mal kurz hin. Hier hinten. Rechts, ne? Ja. Also, hinten durch. Ich seh, ich seh'n. Ah, den Scheff oder was? Ja, hab ihn. Nein, ist okay. Da war aber noch was. Ey, wo kommen die alle her? Was ist das für'n geiler Scheiß? Äh, die kommen jetzt von unten da. Ich komm mal mit. Die von da unten. Das ist voll cool. Ja. Ey, ich hab... Ich krieg die gar nicht alle angeklickt, ey. Ich weiß schon gar nicht. Junge, das ist ja wie, äh, Left, Alter. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Die wird's geil. Ich muss mal mein Mech aufbillen, sonst schieße ich hier gleich noch mit der krassen Muni rum. Hier vorne bei mir ist wieder einer. Ja, ja, komm mal hier wieder. Schon mal keiner sehen. Von hinten aber auch. Junge. T-Beutel sind's gleich. Ich pushe erstmal den hinten, ne? Ja, ich bin fertig. Ich guck hier auf meiner Seite mal, wo der ist. Alter, was hält der aus? Ich glaub ich hab dem ja komplett in die Rüstung geballert. Hier. Das bist du, ja. Mit der Lampe, der. Naja, der ist fast down, glaub. Ja, ich krieg den auch, aber... Oder auch nicht, der ist ganz weit hinten, Alter. Holy fuck. Kommen wir wieder zu mir hier? Irgendwo hier ist nicht auch... Oh! Hier ist doch voll close einer, oder nicht? Ja, ja, ich... Ach, da. Oh, Junge, der ist echt ekelhaft mit der Lampe. Ist voll am reinträumen mit der Lampe, Mann. Ich seh' den halt nicht richtig. Ja. Ich versuch' den zu pushen. Geh abhin. Ne, ich komm mal hier hin zu dir. Was war mit dem auf deiner Seite da? Hm, nicht mehr gehört seitdem. Alter, jetzt ist das Schlachtfeld. Voll geil, Alter. Aber irgendwann kommen hier gleich Lockerspieler, Mann. Ja, egal. Hat sich schon gelohnt, ey. Ja, Mann. Verfang gemacht. Wie witz, voll geil. Da ist ja kurz schon wieder einer. Echt? Ja, hier irgendwo. Rechts, glaub ich. Ja, ich will. Ja, ja. WTF? Die kommen doch alle von draußen. Oh, voll der Berg. Hier liegen drei aufeinander. Guck mal. Ja. Ich check auch nicht, wo die alle herkommen würden. Ja, die spawnen alle rein. Die sind halt voll aggressiv geworden. Die spawnen halt auch irgendwie alle rein, glaube ich. Um uns zu ficken. Erst das Schüsseln. Die Unkel, das war krank, ja. Was? Oh, ich bin flash. Ich auch. Da ist noch einer. Ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, da noch einer ist. Ja, ja. Das ist fast nix, Alter. Noch nicht. Der kommt vor dir, glaube ich, irgendwo, ja. Hab dem einmal gedrückt. Oh, Junge. Okay. Ich dachte eigentlich, hätte beim ersten Schuss seinen Kopf getroffen, aber... Ja, ich hab extra nur an die Schulter geschossen, ey. Okay, jetzt muss ich auch mal Max auffüllen. Alter, hab ich gehört. Ich halte die Stellung mal ein bisschen. Ja. Ab, ein. Irgendwie down. Oh. Hier ist noch einer. Fuck. Alter, die Pushter hat. Ab, ein. Noch ein. Junge, schon wieder zwei gekillt, Junge, ne? Alter, das eine könnte ein Spieler gewesen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das waren jetzt auf jeden Fall schon 20 oder so. Alter, Vater. Ne, der hat sich wieder eine M3-Rüstung hier, der eine, der an der Ecke liegt. Na gut, praktisch schon. Ah, ich hab schon wieder zwei. Jaaa, Leck. Und das einfach alles gaffst hier, okay? Das bock grad nie zu sehen. Ich mein, wie die auch pushen mit Nades und so, oder? Äh... Die Nades waren jetzt... Oh, nicht so OP, aber... Nice. Die Shotgun ist geil, ey. Jaaa. Der verbilligt. Der Kerner ist hier links irgendwo. Was brauchst du für eine Quest, vielleicht schaffst du dir. Da rennt los. Jaaa. Lass einfach hin pushen. Ja, ja. Hä? Mit deinem Regal da. Das ist etwa ein Bug, oder? Das ist echt so... Das wäre ja nicht so geil, wenn das so ist. Weil die Frames sind halt trotzdem stabil, ne? Ja, ich hab hier 80... 70, 80... Ich hab grad 90, so lange. Jaaa. Halt voll gut. Ist halt auch dunkel, ne? Jaaa, klar. Da! Leute! Nein, komm weiter! Leute! Der trollt rein, warte! Ah! Ich hätte hier fast einen reinkommen. Der hat gar nicht in meine Richtung geguckt. Und hat mich trotzdem getroffen. Ah, ja. Okay, um kurz wieder heilen. In der Zeit hören wir bestimmt irgendwelche. Ich wollt grad den Stuhl... Hä, wo ist der? Ich wollt grad den Stuhl nehmen. Hast du? Oh. Oh. Ah, ich hör schon wieder einen. Ja, ich auch. Den kill ich mal. Ah, ich seh. Ja? Ja, komm, angepfuscht. Hab ich? Boah, Junge, der hat gesessen. Hint durch. Hint durch, bei den Türen. Vor dir. Wo bist du denn unten? Okay. Okay. Okay, warte ich halt mal auf Sechs fahr. Boah, ist das empfindlich, Alter. Oh, ne. Ich kann so nicht spielen, ey. Der pusht hier bei mir. Ist das Gap? Ist down. Gap, Alter? Hat der mich gesehen? Ich hab schon, der hat eine AKS gehabt. Junge. Niemals. Junge, ist jetzt voll wie ein Spieler angefangen. Ist noch einer. Hä, vor dem Regel. Hä, vor dem Regel. Hä, vor dem Regel. Ist das hier auch für einen Modus Horde? Oh, die. Oh, Aua. Irgendwer hat mir gerückt, Alter. Ich hab einen hier noch bei mir, aber... ...nicht bei dir den. Zwischen uns ist einer. Ja, ja, ich weiß. Der hat nicht voll verwirrt. Hab ich? Nice. Neu. Alter, Vater. Echt? Wie viele Leichen sind denn jetzt hier schon? Das Paradies. Ich höre schon wieder ein. Ich höre schon wieder ein. Ich höre schon wieder ein. Aber es ist halt immer ein bisschen zu dunkel hier für ein Video eigentlich. Ich hab's das mal aufgenommen schon, aber... Jo, gehst du schon wieder ein. Ich höre schon wieder drei oder so. Ja, ich auch. Oh. Ey, lass mal hier einfach so lange bleiben. Ja, bis das... Oh shit. Ist schon close. Oh, der liegt da, Alter. Ich glaub ich hab ihn. Okay. Ach, da hinten? Aha. Der lag da einfach an der Ecke. Da, auch hinten. Ja, ich muss von Painkiller reingehen, ballern. Ja. Oh, Suka. Aua. Aua. Ey, der ist hier... Ja, ich pushe den. Der ist eine Lampe, Alter. Ist hier gar nichts mehr. Oh, die Lampe, Alter. Ja, die packt hart. In your face. Oh, hinter mir redet auch was. Oh, Junge. Einen hab ich. Ja, aber den hier vorne nicht. Diese Lampe. Wussten der hier vorne, dass er auch rumgehört hat. Weiß nicht. Da hinten erleuchtet er. Oh, ne. Umlaufen, ne. Ich kann die Quest echt schaffen, Alter. Ja. Glaub ich hab ihn? Ne. Ne, ich hab ihn. Oder du. Ach, keine Ahnung. Irgendeiner. Ich hör schon wieder welche rechts. Ja, ich muss mich die ganze Zeit heilen, Alter. Als ob der nicht gestorben ist. Okay. Boah, vielleicht nie überliebt. Hä? Junge, dass das Rekord verdächtigt, oder? Ja, okay. Ich guck mal hier rüber. Die kommt ja schon wieder close. Ja, ja, mach die Junge. Oh, Granata. Was? Boah, Junge, Alter. Heidewitzker. Die pushen. Ich hab da den gelegt. Junge. Ab einen. Links pushen wir mal was. Pushst du die? Ne, hier bei mir pusht was. Ja, ja, ja. Ja, okay. Okay. Down? Ja, ich glaub den natürlich sogar gekriegt. War komisch. Ich hör schon, da vorne rennt schon wieder einer. Da vorne rennt einer. Hä? Okay. Ja. Ja, oder? Ja, links rennt aber noch. Oh, Slack grad hart. Den hab ich. Ich bin aber U-low. Muss mich decken. Ja. Ab hier ein. Okay. Ich komm einfach zu dir und dreh mich im Kreis. Oh. So, das war ich. Boah. Ich wollt den Reload unterbrechen, weil ich einfach beloofen bin. Ah, da vorne rennt schon wieder einer. Der kommt nicht los. Ja. Wir sehen nicht. Ab ist glaub ich. Ja. Ja. Alter. Ima jetzt. Da kommt schon wieder was. Äh. Träumchen. Werf mal ne Nade dahin. Ja. Ja. Alla, aber. Ey, also. Kannst doch keinem erzählen. Du kannst die blöd. Du kannst die blöd. Alter, warte mal. Nach da hinten werfen wir auch ne Nade. Ja, das geht zu gut, alter. Da. Ja. Nein. Die sind voll schnell. Einer down hinten. Ja. Aber da war noch einer hinten durch. Okay. Ja, scheiß. Ich nehm gleich auch die gute Moni. Es wäre ne Kacke. Ja, du kannst jetzt nur den Max auffüllen. Ich bin gleich wieder fresh. Ja. Ja. Es ist so fresh es geht. Ja. 175 Leben. Sehr fresh. Das traurige ist, das war einfach nur die eine Kanate. Oh. Auf mich, oder? Ja. Von hier hinten. Also. So. Das geht. Oh, ich bin fast blind, alter. Ja, duck dich. Duck dich hier. Ja, der ist jetzt hier. Der ist jetzt hier. Ja. Da kommt noch einer. Ja. Ja. Das könnte ein Zombie-Apokalypse sein. Ja, toll. Mech auffüllen. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Ich höre schon wieder hin. Ja. Push die bitte, oder so. Obwohl, oder? Ne, bleib lieber hier. Ja, ich halte so ein bisschen die Stellung. Ja, ja. Ich hab gleich wieder aufgespielt. Okay. Ich lade nach und bin ready dann. Ja. Okay. Geh grad hin zu dem. Ja. Ah, der läuft rückwärts. Nice. Jetzt rückwärts in mich rein gedriftet. Hallo. Alles. Oh, hier rennt wieder irgendwas hoch. Ja, genau. Da. Ja, vorne. Boah, grad hab ich 33 FPS, ne? Okay. Immer noch stabil. Jetzt geht's wieder hoch. Ja. Wenn ich hier hin gucke, so zu den Kasten mit... Ah, mit Wing im Scope. Wing im Scope ist das. Wenn ich hier rein aimen, hab ich so schlechte Frames. Ja, wahrscheinlich die ganzen Leichen müssen gerendert werden. Hab ich hier übrigens schon wieder eingehört. Ach, ja. Ach, sein Zufall aber auch. Ja, solange keiner uns pusht, loote ich die einfach. Ja, ich hab's halt auch nicht. Ja, ich hör den hier. Komm bestimmt von draußen. Ohohoho. Ohohoho. Hä? Von wo? Mach grad aus, wo ich hingucke. Ja, links von dir ein bisschen, ne? Unter dem Regal. Ja. Okay, seh ich aber noch nicht. Da irgendwo. Ja, ja, ja. Ich aim da grad ab. Aber... Der Ander ist down? Der Ander ist down, ne. Warte, lass mich mal um die Ecke gucken bitte. Seh den nicht. Ich geh mal hinten rum. Ja. Ich komm mit. Lass lieber so zusammen. So würd mich da sehen. Ich hör links auch schon wieder welche. Ach, laber. Dabei, dabei, dabei. Da sitzt er. Ja, der hat ne AKM Flick. Ich hör schon wieder einen. Ja, ich auch. Lass mir mal noch ein paar Eisdorf. Ja, lass mich die Quest versuchen fertig zu machen. Mir fehlt noch einer. Einer fehlt mir noch. Einer? Okay, ja, dann mach das noch. Lass ich dir den. Ey, krass, hab ich die echt in einer Runde geschafft, die Quest. 30 Skeps auf Interchange. Na, weiter. Ich hör den. Oh. Ey, jetzt sterben wir jetzt nicht bei dem. Hab ihn. Oh, Junge. Oh, hier kommt bei mir was. Ja, kill us. Kill us. Hab ich. Junge. Was für ne Kombi. Oh. Was? Au, au, au. Hab ihn, hab ihn. Achso. Leute, du bist schon aufgestanden. Ja, klar. Ja, ja. Ich dachte, du liegst das andere Mal. User joined your channel. Hallo. 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 Okay, jetzt bin ich auch fast down, Alter. Ah, nein. Muss ich hier in der Ecke jetzt stehen und machen. Passwort. Hier schießt schon wieder was. Äh, aber auf dich, oder? Ne, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, von wo. Alter. Alter. Zum Glück nur ein Arm weg, ja. Du Locker, ich will sehen. Okay. Junge, hier kann ich nicht rein aim an den Kasten. Das geht gar nicht. Mhm. Gut, dass du den einen Spieler am Anfang gekillt hast mit der Shotgun. Ah. Das war nicht auf uns. Welchen Spieler? Oh, hier kommt schon wieder was. Ja, ja. Wo bist du, wo bist du? Äh, ich bin eben dran. Da war einer. Krass. Ne, ne. Es waren zwei. Ah, Mann. Ich geh hier rechts so. Ja, ich seh den nicht. Oh. Abloll. Ich hab den einfach blind feiert. Der ist hier durch die Tür. Krass, der hat die Tür zugemacht. Oh, Link. Ich seh den grad. Oh, ich hab grad den Todes leckt. Ja, der ist down. Ja, ja. Aim hier mal hinten lang. Oh, der aimt jetzt voll langsam rein, ey. Ja, ich seh den, ich seh den. Hier ganz links bei mir. Ganz links? Auf ihn, auf ihn. Nice. Das war gleich ein Klairskiff. Gar nicht gesehen. Mach das Felscheap mal wieder hoch, ne? Ja. Ah, da, ja. Ah, da hab ich eigentlich hingeaimt, aber. Ui, Junge. Nein. Fuck. Ach, schau, wir haben ja noch diese Quest hier. Oh, Leck, Leck, Leck. Der eine Scaff hat 1000 Euro da woher. Hab ich glaub ich einen. Boah, Junge, das war krass. Ey. Dein Kopf ist immer perfekt im Zielkreuz, ey. Ja, ja. Alter, ich treff sie nicht. Da rechts kommen noch welche. Schärf doch. Da ist noch einer. Ich seh nix durch das Mündungs... Durch den Dampf, Alter. Ja. Ich posch den einmal. Hab ich. Okay. Krass, wie die auch um die Ecke jetzt fliegen und alles. Ey, richtig gut. Ja. Ja, ich loot die hier immer noch, ne? Ja. Ah, den hat schon durchs Such. Den auch. Ja, hast aber die 15.000 Vogel nicht mitgenommen. Hä, wo? In der Maschen oder? Ja. Ja. Ja, okay. Ich hab nur den Rucksack durchzu. Fuck, mein Leid. Ich such immer die Pockets mittlerweile, weil... Ja, okay. Das mach ich im Überscaves fast nie. Ich hab auch schon 1.000... Ich hab auch schon 1.000 Euro gerade gefunden in deiner Tasche. Alter. Ja, komm lass mal da hinten raus, oder? Ja. Ich suche noch den einen hier. Ich suche noch hier irgendwo hier. Da hatten wir die. Ja, die hatte ich dann. Ah, die hat... ja. Obwohl, ne, der hatte unsere Lampe. Okay. Jetzt aber. Sind wir hier runter? Oder sind wir überhaupt da hinten raus? Hier runter lieber. Und da kamen auch eben voll viele Caves, oder? Ich weiß es auch nicht. Weil ich hab gar keine Ahmodea kam, wenn ich nicht. Kamen einfach alle. Die kamen, waren einfach da. Das war ne Abenteuer nicht so gut. Naja. Gibt's den haben? Wusste nicht, ich kann's versuchen. Nix nehm ich aber. Okay. Was hat er denn? Ein Zelt wahrscheinlich. Oh! Ja, ja. Das war der aber nicht. Ne. Was war denn? Aua. Ah, dahinter. Ha, Junge. Oh Mann, willst du auch fliegen? Nee, das ist nicht aktiviert. Oh Mann. Ey, waren jetzt echt einfach 40 Minuten oder so im Oli, haben das Gav-Track genutzt. Ey lass mal nix so direkt wieder. Ja. Jetzt bricht die Brücke so zusammen mit beiden Sternen. Das hat funktioniert. 18.000 EP. Oha. Oha. Oh lad doch Mann! 35 Scafs. 16.000 EP und 25 Scafs. Ne, 29 Scafs. Ja, also 60. Ne, 28 Scafs sind ein Spieler halt. Ja. Also, 63 Scafs. Pfff. Pfff. Oder? Ja. Also, ich hab 28. Ja, ich hab 35. Holy fuck. Ein Laber! Niemals! Ey, wo kommen die alle her?